Hallo Leute, ich habe mich tatsächlich mal auf den Weg gemacht, habe einfach mal meinen Rucksack geparkt heute morgen. Jetzt ist so ein Mittagspunkt losgegangen. Guck mal, wie weit ich komme auf den Weg nach Huy. Da ist nämlich ein buddhistisches Seminar, das ich ab morgen Abend besuchen werde für drei Tage. Ist allerdings 90 Kilometer weg. Das werde also wahrscheinlich nicht nur rein zu Fuß da hinkommen. Aber ich denke, ich gehe mal los. Guck mal, was passiert. Sehen wir mal. Also, ciao.